Liebe Münchnerinnen und Münchner, liebe Besucherinnen und Besucher des Olympiaparks, ich lade Sie ganz herzlich ein, nehmen Sie teil am großen Jubiläumsfest des Olympiaparks, der ja ein beliebtes Naherholungsgebiet ist, ein Ort großartiger Sportereignisse und Konzerte und das beste Beispiel nach olympischer Nutzung weltweit. Sie erleben ein fantastisches Fest mit vielfältigen Angeboten. Schauen Sie doch mal vorbei, kommen Sie zu uns. Vielen herzlichen Dank.